So, wir beginnen mit einer kleinen Vorstellung. Abdullah, möchten Sie vielleicht anfangen? Ja, gern. Mein Name ist Abdullah. Ich komme aus Tunesien und arbeite als Ingenieur bei Siemens. Mit meiner Frau und meinen drei Kindern lebe ich hier in München. Was noch? Ach ja, ich bin 46 Jahre alt und spiele sehr gern Fußball. Danke, Abdullah. Claire, machen Sie bitte weiter? Ja, ich bin Claire aus Frankreich. Ich bin ein Au-pair-Mädchen bei einer deutschen Familie mit zwei Kindern. Hier in Deutschland bin ich, weil ich mein Deutsch verbessern möchte. Ich bleibe ein Jahr, ganz allein. Ich bin erst 18 Jahre alt und lebe das erste Mal ohne meine Familie. Das ist aufregend. Das verstehe ich gut. Claire, haben Sie ein Hobby? Ja, ich gehe so gern shoppen. Gut. Wer möchte jetzt? Ja, Philipp? Ich komme aus den USA und heiße Philipp. Hier in München bleibe ich nur vier Wochen für den Sprachkurs. Dann mache ich eine Reise durch Deutschland. Ich war schon in Italien und Frankreich. Ich liebe Europa. Reisen ist mein Hobby. Ich bin Student und studiere Medizin. Ach ja, verheiratet bin ich natürlich noch nicht. Ich bin erst 24. Danke, Philipp. Und jetzt noch Elena. Mein Name ist Elena und ich komme aus Russland. In Moskau arbeite ich als Lehrerin an einer Grundschule. Ich lese gern, liebe klassische Musik und gehe jeden Tag spazieren. Ich bin verheiratet, aber wir haben noch keine Kinder. Und ich bin 31 Jahre alt. Das ist alles. Im Olymp läuft die Killerbienen 2. Das ist sicher spannend. Ach, so ein Quatsch. Diese Science-Fiction-Filme gefallen mir überhaupt nicht. Das ist doch schrecklich langweilig. Wie wär's mit Liebe bis in den Tod? Lena. Viel Herz, viel Schmerz. Nein, darauf habe ich wirklich keine Lust. Bei so viel Romantik schlafe ich bestimmt ein. Lass uns doch in Der Mörder kam im Pyjama gehen. Ich mag keine Krimis. Brutale Filme sind nicht gut für meine Nerven. Aber dir gefallen doch auch gute Komödien. Und mir auch. Gehen wir doch in Achtabenteuer in den Alpen. Den kenne ich schon. Der war ganz gut. Aber zweimal möchte ich ihn mir nicht anschauen. Ich glaube, Lena, wir sollten lieber zum Essen gehen. Einverstanden. Gehen wir ins indische Restaurant im Zentrum? Das ist immer so scharf und schmeckt mir nicht wirklich gut. Lieber ins alte Brauhaus. Gute bayerische Küche. Viel zu fett, Max. Ich mach doch gerade eine Diät. Weißt du was? Du kommst später zu mir und ich koche was Gutes für uns. Und dann schauen wir uns unsere Lieblings-DVD an. Lena, du bist ein Schatz. Immobilienbüro Zeitler, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Mein Name ist Hannah Weber. Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen und interessiere mich für die Zwei-Zimmer-Wohnung am Stadtrand. Ist sie noch frei? Ja, Frau Weber, da haben Sie Glück. Wir haben zwar schon drei Interessenten, aber der Besichtigungstermin ist erst morgen Vormittag. Ah, das ist schön. Wie groß ist denn der Balkon? Und auf welcher Seite liegt er? Das ist ein Westbalkon und er hat vier Quadratmeter. Hm, und wie ist die Lage der Wohnung? Gibt es in der Nähe eine Bushaltestelle? Die Wohnung liegt sehr ruhig. Zur nächsten Bushaltestelle gehen Sie nur etwa fünf Minuten und dann haben Sie eine direkte Verbindung ins Zentrum. Wie lange fahre ich mit dem Bus? Ich arbeite nämlich genau im Zentrum. Sie fahren 20 Minuten. Genug Zeit, die Morgenzeitung zu lesen. Ja, das geht. Noch eine Frage, Herr Zeitler. Was ist alles in der Küche? In der Anzeige steht ja, es gibt eine kleine Einbauküche. Richtig. Die Küche ist relativ neu und hat alles. Sogar eine kleine Geschirrspülmaschine. Oh, toll! In der Anzeige steht, die Wohnung kostet 580 Euro plus Nebenkosten. Was kommt da noch dazu? Sie zahlen 60 Euro für Strom und Wasser und 20 Euro für die Müllabfuhr. Die Heizkosten hängen natürlich von ihrem Verbrauch ab. Gut, ich möchte die Wohnung gerne anschauen. Wann ist morgen der Besichtigungstermin? Um 10 Uhr vormittags, in der Gartenstraße 7. Ich warte dort auf Sie. Noch eine Frage, Frau Weber. Haben Sie ein Haustier? Nein. Warum? Der Vermieter erlaubt keine Haustiere. Aha. Nun gut, Herr Zeitler. Vielen Dank und bis morgen. Gern, Frau Weber. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Weber? Hallo, Papa. Ich bin's, Hanna. Hallo, mein Schatz. Bist du fertig mit deinem Umzug? Ja, das war vielleicht anstrengend, aber es ist so schön geworden. Hoffentlich könnt ihr bald kommen und alles anschauen. Das hoffe ich auch. Aber sag mal, wie sieht denn alles aus? Also, du kommst zur Haustür rein und gleich links ist die Garderobe. Rechts neben der Garderobe ist die Tür zum Bad. Gegenüber ist die Küche. Links ist ein hoher Schrank. Neben dem Schrank der Herd. Und dann die Geschirrspülmaschine und daneben die Spüle. Und dann die Küche. Und dann die Küche. Und dann die Küche. Gegenüber von der Tür ist das Fenster. Unter dem Fenster steht eine Kommode und an der rechten Wand ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen. Das klingt gut. Und das Wohnzimmer? Im Wohnzimmer steht rechts neben der Tür mein Sofa an der Wand. Gegenüber in der rechten Ecke steht mein gemütlicher großer Sessel. Hinter dem Sessel steht die große Stehlampe. Zwischen dem Sessel und dem Sofa steht ein Couchtisch. An der Wand gegenüber von der Tür steht mein großer alter Schrank. In dem Schrank ist der Fernseher. Schön. Du kannst einfach die Tür zumachen, wenn du ihn nicht sehen willst. Genau. Links neben dem Schrank ist die Balkontür. Und auf dem Balkon stehen ein kleiner Tisch und zwei Stühle. Schön, dass du einen Balkon hast. Ja, das finde ich auch. Und vor der Balkontür, in der Mitte des Zimmers, steht mein runder Esstisch mit vier Stühlen. Ich glaube, mehr brauche ich nicht. In der linken Wand ist die Tür zum Schlafzimmer. Hier steht im Moment nur mein Bett an der linken Wand. Der Schrank und das Bücherregal muss ich noch aufstellen. Papa, hilfst du mir dabei? Na klar, mein Schatz. Vielleicht sehen wir uns ja schon nächstes Wochenende. Bis dann. Gute Nacht, Hannah. Ja, Papa, bis dann. Gute Nacht. Hallo liebe Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergessen Sie nicht den Kanal zu abonnieren, fleißig liken die Glocke zu, aktivieren, damit Sie immer alle aktuellen und neuen Videos erhalten. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Hallo, Klaus. Hallo, Hannah. Tut mir leid, dass ich dich störe, aber hättest du vielleicht ein bisschen Butter für mich? Ich bring sie dir morgen gleich wieder, wenn ich zum Einkaufen gehe. Klar, Klaus. Ich kann dir sogar ein ganzes Stück geben. Ich habe genug. Super, Hannah. Danke. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Hannah ist gerade wieder in der Küche, als es schon wieder klingelt. Diesmal ist es ihr Nachbar, Herr Bugel. Guten Abend, Herr Bugel. Guten Abend, Frau Weber. Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber ich hätte eine große Bitte. Morgen fahre ich für zwei Tage nach Hamburg und muss meine Katze allein lassen. Wären Sie so nett und würden Sie ihr bitte morgens und abends je eine halbe Dose fressen geben? Natürlich, Herr Bugel. Das mache ich doch gern für Minka. Danke, Frau Weber. Und hier ist der Wohnungsschlüssel. Jetzt habe ich aber Hunger. Hannah setzt sich gerade an den Tisch, als es wieder klingelt. Ach, wer ist denn das schon wieder? Der Hausmeister, Herr Fresenius, steht vor der Tür. Ah, Herr Fresenius, guten Abend. Was gibt's? Grüß Gott, Frau Weber. Sie haben doch Blumen auf dem Balkon. Da fallen immer Blätter und Blüten runter in den Hof und ich muss das wegkehren. Ist gut, Herr Fresenius. Ich kümmere mich darum. Ich kehre das jeden Morgen selbst. In Ordnung? Na gut, wenn Sie das selbst machen wollen. Schon in Ordnung. Schönen Abend, Herr Fresenius. Schönen Abend auch, Frau Weber. Jetzt mache ich keinem mehr auf, bis ich fertig gegessen habe. Fangen wir bei den Getränken an. Haben wir noch genug Tee und Kaffee? Tee sicher. Aber Kaffee? Ich schreibe mal eine Packung auf. Und Milch? Wie viel denkst du brauchen wir? Sechs Liter, oder? Na ja. Vielleicht wollen auch manche Kakao trinken. Besser acht. Zucker haben wir genug. Und dann die Brötchen. Wart mal. Wir sind zwölf. Also vielleicht dreißig Brötchen und zwölf Brötchen. Ist das nicht zu viel? Lieber fünfundzwanzig Brötchen, zwölf Brötchen und dann noch ein Baguette. Das können wir einfrieren, wenn es übrig bleibt. Gut. Dann Butter, Marmelade. Haben wir noch von der Marmelade, die deine Mutter gemacht hat? Ja. Wir haben noch ein paar Gläser Erdbeermarmelade. Das reicht. Und Honig? Haben wir auch noch. Jetzt zu den salzigen Sachen. Wie sieht's mit Käse und Schinken aus? Ja, wir holen am besten am Käse-Stand auf dem Markt ein paar verschiedene Sorten. So ein Pfund. Und vom Fleischer noch 300 Gramm Rohn und 300 Gramm gekochten Schinken. Sollen wir eine Schüssel Müsli machen? Vielleicht besser eine Schüssel Obstsalat. Müsli und Joghurt können wir dann daneben stellen. Das mischt sich dann jeder selbst. Dann brauchen wir ein Pfund Äpfel, Bananen und 500 Gramm Weintrauben. Und zehn Becher Joghurt. Ja. Haben wir noch genug Müsli? Ja, da ist noch eine ganz neue Packung. Haben wir dann alles? Orangensaft. Fünf Flaschen Orangensaft. Gute Idee. Puh. Jetzt habe ich Hunger. Komm, wir essen erst etwas und dann gehen wir einkaufen. Oh ja. Wenn man mit Hunger einkauft, kauft man immer viel zu viel. Hallo Abdullah, wie geht's? Hallo Hanna. Gut, dass ich Sie treffe. Ich würde Sie gerne etwas fragen. Klar. Was möchten Sie wissen? Samstagabend sind meine Frau und ich bei unseren Nachbarn zum Grillen eingeladen. Das ist sehr nett, aber wir haben ein bisschen Angst, dass wir nicht alles richtig machen. Denn wir waren noch nie bei einer deutschen Familie. Das verstehe ich gut. Womit fangen wir an? Wann sollen wir dort sein? Wir wollen nicht zu früh, aber natürlich auch nicht zu spät kommen. Also, bei uns ist eine Verspätung von bis zu 15 Minuten in Ordnung. Später sollte man nicht kommen. Aber zu früh ist unhöflich. Und ganz genau pünktlich stresst die Gastgeber auch ein bisschen. Wenn man jemanden noch nicht so gut kennt, ist es immer am besten Blumen und eine Flasche Wein mitzubringen. Okay. Übrigens, zum Thema Wein. Wir trinken doch keinen Alkohol. Denken Sie, unsere Nachbarn verstehen das? Natürlich. Vielleicht haben Sie sogar schon daran gedacht und bieten Ihnen gar keinen Alkohol an. Und wenn nicht, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn Sie höflich ablehnen. Ach ja, das mit dem Anbieten und Ablehnen. Wie ist das hier? Also, am besten sagen Sie ziemlich direkt, was Sie möchten. Wenn Sie sagen, nein, danke, bietet es der Gastgeber vielleicht kein zweites Mal an. Er sagt höchstens, wirklich nicht? Und das ist dann Ihre letzte Chance. Gut zu wissen. Und die Kleidung, was ziehen wir am besten an? Ein Grillabend ist nicht so förmlich. Ziehen Sie doch das an, womit Sie sich am wohlsten fühlen. Eine letzte Frage noch. Wann sollen wir nach Hause gehen? Beim ersten Abend vielleicht so zwischen 10 Uhr und 11 Uhr 30. Aber ich denke, das merken Sie selbst am besten. Nun wünsche ich Ihnen einen netten Abend. Danke. Und Ihnen ein schönes Wochenende. Barbara? Ja, Max. Grüß dich. Du hast dich aber gar nicht verändert. Du dich auch nicht, Barbara. Schön, dich zu sehen. Wie geht's denn so? Gut. Ich bin seit einem Jahr verheiratet. Und ich bekomme ein Baby. Wie schön. Gratuliere. Und? Hast du einen netten Mann? Ja, du kennst ihn sogar. Erinnerst du dich noch an Peter Weiß aus unserer alten Klasse? Peter. Ach ja, der Supersportler, oder? Seit wann seid ihr denn zusammen? Ach, schon seit der Uni. Und du, Max? Bist du noch Solo? Ja, ich bin immer noch ledig. Ich habe zwei Jahre mit einer Frau zusammengelebt, aber vor einem Jahr haben wir uns getrennt. Wir haben einfach nicht zusammengepasst. Oh, das tut mir leid. Och, du, ich bin ganz glücklich so. Ich habe auch jetzt eine Freundin, aber das ist keine feste Beziehung. Jeder hat sein Leben und wir freuen uns einfach über die Zeit, die wir zusammen sind. Hast du noch Kontakt zu Isabel? Ja, wir sind immer noch gute Freundinnen und sehen uns oft. Ihr geht's auch gut. Vor einem Monat hat sie sich mit einem Piloten verlobt. Sowas. Ich treffe mich noch oft mit Florian. Der hatte doch so früh geheiratet. Schon mit 24 Jahren. Ja, und vor zwei Jahren hat er sich wieder scheiden lassen. Oh je. Geht's ihm denn jetzt gut? Ja, ich glaube, er ist ganz zufrieden. Weißt du was? Wir vier sollten uns nächstes Wochenende mal wieder treffen. Wie wär's nächsten Samstag im Club? Gute Idee. Hey, ich ruf Isabel an und du sagst Florian Bescheid. Bis dann Max. Mach's gut Barbara und bis nächsten Samstag. Hallo liebe Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergessen Sie nicht den Kanal zu abonnieren, fleißig liken die Glocke zu, aktivieren. Damit Sie immer alle aktuellen und neuen Videos erhalten. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Praxis Dr. Seiter, guten Tag. Sie sprechen mit Frau Berg. Guten Tag, hier ist Hanna Weber. Ich möchte bitte einen Termin bei Herrn Dr. Seiter. Möglichst heute noch. Es geht mir gar nicht gut. Hm, mal sehen. Am Vormittag ist der Terminkalender leider schon voll, aber hätten Sie vielleicht um 13.30 Uhr Zeit, gleich nach der Mittagspause? Ja, das wäre gut. Also komme ich um 13.30 Uhr. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Gern geschehen. Auf Wiederhören. Es ist 13.30 Uhr. 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 Hanna Weber. Hier, nehmen Sie bitte Platz. Herr Dr. Seiter kommt gleich. Guten Tag, Frau Weber. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Herr Dr. Seiter. Ich habe starke Kopfschmerzen und habe die ganze Nacht gehustet. Hm, tut der Husten in der Brust weh? Nein, eigentlich nicht, aber ich habe Halsschmerzen. Ja, und wie man hören kann, auch schnupfen. Ja. Tja, das klingt nach einer starken Erkältung. Haben Sie Fieber? Nein, ich glaube nicht. Gut, dann lassen Sie mich doch bitte kurz in Ihren Hals schauen. Sagen Sie mal A. A. So ist's gut, ja. Der Hals ist wirklich ganz schön rot. Dann würde ich Ihnen noch gerne die Brust abhören. Es genügt, wenn Sie Ihren Pullover ein bisschen hochziehen. Ja, so, danke. Hm. Da ist alles in Ordnung. Ich verschreibe Ihnen ein Medikament, das Sie bitte dreimal täglich nehmen. Immer vor dem Essen. Und bleiben Sie bitte zu Hause. Sie müssen nicht im Bett bleiben, aber Sie sollen sich ausruhen. Ich schreibe Ihnen ein Attest für die Arbeit. Wenn es Ihnen in drei Tagen nicht besser geht, kommen Sie bitte noch einmal vorbei. Gut, vielen Dank, Herr Doktor. Gern. Und gute Besserung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gerdes? Hallo, Thomas. Hier ist Hanna. Ah, hallo, Hanna. Schön, dass du anrufst. Wie geht's? Gut. Du, was machst du denn am Wochenende? Ich hätte Lust, dich mal wiederzusehen. Ja, eine super Idee. Wann sollen wir uns denn treffen? Wir könnten Samstagvormittag in einem Café zusammen frühstücken. Ach, das tut mir leid, aber Samstag gehe ich immer von 8 bis 10 Uhr mit einem Freund zum Laufen. Und danach? Danach habe ich Schwimmtraining. Bis um 13 Uhr. Aber dann könnten wir doch zusammen in den Biergarten gehen. Naja, von 15 bis 16 Uhr 30 mache ich Karate. Und davor sollte ich nichts essen. Okay. Also besser Samstagabend? Ja, da wird ein ganz tolles Fußballspiel im Fernsehen übertragen. Sollen wir uns das zusammen anschauen? Also nein, Thomas. Fußball interessiert mich nun wirklich nicht besonders. Außerdem möchte ich mit dir sprechen, wenn wir uns sehen. Ja, klar, Hanna. Also besser Sonntag. Aber jetzt sag mir bitte gleich, wann du wieder irgendeinen Sport machen musst. Warte mal. Also um 10 Uhr gehe ich immer ins Fitnessstudio. Aha. Ja, und dann wollte ich um 13 Uhr mit einem Freund zum Klettern gehen. Aber wir sind sicher um 17 Uhr wieder zu Hause. Dann könnten wir uns sehen. Tja. So ein Pech. Da gehe ich zum Tanzen. Ich mache doch einen Tango-Kurs. Das wird wohl nichts, Thomas. Aber weißt du was? Ich komme einfach Samstagabend. Vielleicht ist das Fußballspiel ja langweilig. Dann können wir uns noch ein bisschen unterhalten. Super. Bis Samstag, Hanna. Ich freue mich. Ja. Du Sportfan. Bis Samstag. Tschüss. Ah, Frau Weber. Kommen Sie doch bitte rein. Guten Tag. Guten Tag, Herr Huber. Nehmen Sie bitte Platz. Haben Sie den Weg zu uns gut gefunden? Ja, ich wohne ganz in der Nähe, in der Gartenstraße. Mit dem Fahrrad brauche ich zehn Minuten bis zu Ihrer Firma. Ach, wirklich. Das wäre ja ideal für Sie. Nun, dann kommen wir doch gleich mal zu Ihrer Ausbildung. Sie haben die mittlere Reife gemacht? Ja, 2002. Dann war ich drei Monate als Praktikantin bei Kübler & Co. Richtig, das Zeugnis habe ich gesehen. Die waren ja sehr zufrieden mit Ihnen. Ja, die Firma hat mir auch eine Stelle angeboten, aber ich wollte lieber am Institut für Fremdsprachen eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin machen. Sie sprechen Englisch, Französisch und Spanisch, richtig? Ja, genau. Ich war nach meiner Ausbildung ein Jahr lang in Spanien, in Barcelona. Dort habe ich in der Personalabteilung einer internationalen Firma gearbeitet und seit Dezember 2006 arbeite ich im Sekretariat der Firma Interkult. Weshalb möchten Sie denn Ihren Arbeitsplatz wechseln? Das hat verschiedene Gründe. Ich mache seit Jahren hauptsächlich die Korrespondenz mit unseren englischen Partnern. Das hat mir gut gefallen, aber ich möchte gerne auch meine französischen und spanischen Sprachkenntnisse benutzen. Außerdem würde ich gerne mehr Verantwortung haben. und in einem größeren Team arbeiten. Ja, Frau Weber, das klingt gut. Genau so eine Mitarbeiterin haben wir gesucht. Wären Sie mit zwei Monaten Probezeit einverstanden? Oh ja, sehr gerne. Wann könnte ich denn anfangen? Wenn die Kündigung bei Ihrer alten Firma es erlaubt, schon Anfang Juli. Das muss ich mit meinem Chef besprechen, aber ich denke, das geht. Ich freue mich, Herr Huber. Ich mich auch. Ich höre dann nächste Woche von Ihnen. Auf gute Zusammenarbeit, Frau Weber. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und vielen Dank für das Gespräch. Hallo liebe Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergessen Sie nicht den Kanal zu abonnieren, fleißig liken die Glocke zu, aktivieren, damit Sie immer alle aktuellen und neuen Videos erhalten. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Firma Transakt Weber am Apparat. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Weber. Ist Herr Huber schon im Haus? Leider noch nicht, Herr Wegele. Er kommt heute ein bisschen später. Soll ich ihm etwas ausrichten? Gerne. Er soll mich bitte kurz zurückrufen und mir die Telefonnummer von unserem Partner in Toulouse durchgeben. Das richte ich ihm gern aus, Herr Wegele. Ich denke, spätestens um 10.30 Uhr ist er im Büro. Vielen Dank und einen schönen Tag, Frau Weber. Auf Wiederhören. Ihnen auch. Auf Wiederhören. Firma Transakt Weber am Apparat. Guten Morgen. Guten Morgen. Hier spricht Bitu. Kann ich bitte Herrn Huber sprechen? Tut mir leid. Er ist heute Vormittag außer Haus. Kann ich ihm etwas ausrichten? Nein, danke. Ich würde ihn gern persönlich sprechen. Kann ich später noch einmal anrufen? Selbstverständlich. So gegen 11 Uhr ist er sicher an seinem Platz. Gut. Dann rufe ich um 11 Uhr noch einmal an. Vielen Dank. Gern. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Firma Transakt Weber am Apparat. Guten Morgen. Guten Morgen, Hannah. Hier ist Max. Na, wie geht's an deinem neuen Arbeitsplatz? Grüß dich, Max. Schön, dich zu hören. Ja, gut geht's. Aber du fehlst mir schon irgendwie. Und wie geht's im alten Büro? Wie immer. Nur, dass du nicht da bist. Das gefällt mir gar nicht. Wie wär's, Hannah? Gehen wir heute nach der Arbeit noch kurz in die Kneipe? So um halb sechs? Gute Idee, Max. Dann erzähle ich dir alles in Ruhe. Jetzt habe ich wirklich viel zu tun. Treffen wir uns am Baldeplatz? Gut. Um halb sechs am Baldeplatz. Tschüss, bis später, Hannah. Und arbeite nicht zu viel. Du auch nicht. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Frau Weber, können wir kurz die Terminplanung für die nächste Woche durchgehen? Gern. Als erstes hätten wir nächsten Montag das Gespräch mit Frau Berges um 9.30 Uhr, richtig? Nicht ganz. Frau Berges hat den Termin auf den Nachmittag verschoben. Auf 15 Uhr. Ah ja, gut. Aber Sie wissen, dass Sie um 16 Uhr bereits die Telefonkonferenz mit unseren Partnern in Japan haben. Ja, ich weiß, aber das passt. Das Gespräch mit Frau Berges dauert sicher nicht länger als eine halbe Stunde. Und dann? Ist der nächste Termin das Meeting mit dem Chef? Ja, am Dienstag, den 26.07 Uhr um 11.30 Uhr. Dann Mittagessen mit Herrn Floges im Imperial um 13 Uhr. Habe ich notiert. Und Mittwoch? Am Mittwoch brauche ich den Konferenzraum von 8 Uhr morgens bis 14 Uhr. Ich weiß noch nicht genau, wann die Damen und Herren aus Frankreich kommen. Deshalb sollten wir den Raum länger frei halten. Das sind Ihre Partner von Velco, richtig? Ja, genau. Und wir wollten am Abend zusammen essen gehen. Könnten Sie uns bitte einen Tisch für acht Personen reservieren? Für wie viel Uhr und wo? Vielleicht im chinesischen Restaurant. Um 19 Uhr. Gern. Und am 28.07 Uhr fliegen Sie nach Mailand, richtig? Ja, genau. Der Flug ist um 7.20 Uhr. Das heißt, ich brauche das Taxi um 4 Uhr dreißig. Na, ich glaube, da gehe ich gar nicht erst schlafen. Nein, das lohnt sich wirklich nicht. Gut, ich bestelle Ihnen das Taxi rechtzeitig. Wie lange sind Sie in Mailand? Bis 30.07. Um 18.10 Uhr lande ich wieder in München. Und am Sonntag? Familientag, dass Sie mir bloß da keinen Termin reinschreiben. Guten Tag. Ich möchte bitte eine Fahrkarte nach Stuttgart. Einfach oder hin und zurück? Hin und zurück, bitte. Wann möchten Sie fahren? Heute. Am Freitag möchte ich hinfahren und am Sonntag zurück. Gut, da können Sie direkt fahren. Sie müssen also nicht umsteigen. Haben Sie eine Bahnkarte? Nein, leider nicht. Und Ihren Hund möchten Sie auch mitnehmen, oder? Ein Hund kostet den halben Fahrpreis. Ja, ich weiß. Das ist zwar teuer, aber der Hund muss mit. Möchten Sie auch einen Platz reservieren? Ja, bitte. Ich nehme heute den Zug um 19.12 Uhr und am Sonntag den um 17.35 Uhr. Gibt es einen Fensterplatz? Ja, für die Fahrt heute haben wir noch einen Fensterplatz. Aber fürs Sonntag, warten Sie mal. Nein, leider nicht. Soll ich Ihnen dann einen Platz am Gang reservieren? Nein, danke. Da schaue ich dann selbst nach einem Platz. Können Sie mir sagen, von welchem Gleis der Zug abfährt? Gleis 14. Das macht dann alles zusammen 102 Euro, bitte. Kann ich mit der EC-Karte zahlen? Natürlich. Guten Tag, ich brauche eine Fahrkarte nach Kiel. Einfach oder hin und zurück? Einfach bitte. Und ich möchte mit dem Schlafwagen fahren. Wann möchten Sie fahren? Nächste Woche Freitag. Mit dem Zug um 22.30 Uhr. Ja, da ist noch ein Schlafwagenplatz frei. In einem Zweierabteil. Haben Sie eine Bahncard? Ja, ich habe eine Bahncard 25. Geben Sie mir bitte die Nummer. Das ist die 4044 5322 0129. Gut. Also, Sie können mit dem Schlafwagen bis Hannover fahren. Dort kommen Sie um 6.15 Uhr an. Dann müssen Sie umsteigen in den Zug nach Kiel. Wann fährt er ab? Sie haben eine halbe Stunde Aufenthalt. Der Zug geht um 6.48 Uhr. Kann ich für diesen Zug auch einen Sitzplatz reservieren? Natürlich. Möchten Sie einen Platz in einer Vierergruppe mit Tisch? Gerne. Und einen Fensterplatz, bitte. Gut. Ihr Zug geht in München von Gleis 22 und in Hannover kommen Sie auf Gleis 8 an. Der Zug nach Kiel geht vom selben Bahnsteig auf Gleis 7. Gut. Vielen Dank. Was kostet die Karte? Das macht 158,20 Euro. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Bar, bitte. Na, Frau Weber, hatten Sie gestern einen netten Abend? Oh ja, sehr. Gestern kam im Fernsehen ein wirklich hochinteressanter Film. Sie wissen ja, ich liebe das Meer und hier hatte ein Tierfilmer unglaubliche Aufnahmen von Wahlen gemacht und er hat Fische gefilmt, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ach ja, richtig. Das Thema ist ja wirklich aktuell. Dann hatten Sie ja gestern einen sehr wissenschaftlichen Abend. Ja. Bei solchen Sendungen kann ich am besten entspannen. Hallo liebe Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergessen Sie nicht den Kanal zu abonnieren, fleißig liken die Glocke zu, aktivieren. Damit Sie immer alle aktuellen und neuen Videos erhalten. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.